ARD Radio 1 Hörbar Prost Ich wusste, dass meine große Freiheit in meinem Kopf ist. Ich wollte immer nur aufs Dorf, ich wollte immer nur meine Hände in die Erde stecken. Ich wollte nie reißen. Das habe ich nicht gebraucht, aber ich habe mich sehr gefreut für die anderen einfach. Radio 1, Hörbar Prost Radio 1, die Hörbar Prost. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht hören Sie diese Sendung jetzt hier gerade als Radiosendung oder eben als Podcast. Sie haben die Möglichkeit, das Gespräch jederzeit über die ARD Audiothek zu hören oder über YouTube oder über andere Podcast-Plattformen und finden dort auch zahlreiche andere Interviews. Wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Prost Wer dabei war, erinnert sich gut an die goldenen Zeiten des Fernsehens. Mitte der 80er kamen die Privatsender und dann ging es über viele Jahre rund. Das Medium präsentierte sich ganz neu. Am Geld sollte es nicht scheitern. Das war zu Genüge vorhanden. Jetzt lag der Fokus auf Unterhaltung. Völlig neue Formate kamen auf, wie Dailies, Weeklys, Gameshows, Gerichtshows. Überhaupt viele Serien, von denen einige schnell wieder verschwanden und andere ihr festes Publikum fanden. Eine dieser Serien lief in Sat.1 und hieß für alle Fälle Stefanie. Die Hauptrolle spielte Claudia Schmutzler. Jahrgang 1966, gebürtige Dresdnerin. Ihren sogenannten Durchbruch hatte Schmutzler kurz nach der Wiedervereinigung in dem Film Go, Travi, Go. Nun war sie Stefanie. Später dann über viele Jahre die Kriminalkommissarin Böhrensen bei der Soko Wismar. Und nun? Nun stellt sich Claudia Schmutzler mit 57 Jahren die Frage, ob die Welt denn noch bei klarem Verstand ist. Wenn Frauen ihres Alters spätestens dann aussortiert werden, wenn sie aus Filmen und Drehbüchern verschwinden. Da stimmt doch was nicht. Das ist eines ihrer Themen. Ein anderes ist die Pole-Dance-Stange. Doch dazu später mehr. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Schön. Wir lernen uns heute erst kennen und haben uns auf das Du verständigt, sind auch fast ein Jahrgang. Du bist 2011 mal überfallen worden. Ja, oh, was hast du denn da ausgegraben? Auch das ist ja spannend, denn was macht das mit einem? Du bist nachts aufgewacht und jemand stand vor deinem Bett. War das so? Naja, fast nachts. Es war sehr zeitig. Ja, morgens war es so circa fünf, sechs und jemand stand vor meinem Bett und ich habe tatsächlich noch geschlafen und griff nach meinem Handy und rannte weg und ich rannte hinterher. Wo war das? Das war in Wismar und zwar in so einer Ferienunterkunft von Soko Wismar, wo wir dann immer eingebucht wurden, wenn wir da übernachtet haben. Wir haben so dreimal im Jahr für circa drei Wochen da gedreht, um an Originalschauplätzen da tätig zu sein. Und ich bin die Nacht vorher erst angekommen, das war das Verrückte. Also ich kannte die Umgebung noch nicht, deswegen das, was jetzt kommt. Ich rannte dem halt hinterher im Halbschlaf, was mir gar nicht klar war. Aber in meinem Unterbewusstsein muss so dieses Ding aufgeploppt sein, nicht mein Handy. Da sind alle meine Fotos drauf, alles, was mir wichtig ist somit. Und ich bin dem hinterhergerannt und ich bin an dem Abend vorher zu meinen beiden besten Freundinnen, Maskenbildnerinnen rübergegangen und bin da durch den Garten durch. Und als ich aber rannte, hat sich bei mir alles im Kopf verdreht und der ist vor mir durch die Hecke, ich ihm nach. Ich hatte so ein ganz langes, schwarzes Nachthemdkleid an. Gott sei Dank. Also hatte ich überhaupt was an. Und dann bin ich aber komplett abgestürzt, weil auf einmal war da eine Böschung. Also der war ja wach und sah das und ich nicht. Und bin da so komplett durch die Hecke gebrochen und auf den Knien gelandet. Und dann bin ich erst mal so liegen geblieben, weil das war ein heftiger Sturz. Das war wirklich so eine kleine Böschung. Und dann sah ich den rechts runterrennen und mir wurde klar, wobei das wirklich verrückt war, weil ich habe ja noch geschlafen fast. Also das war wirklich im Gym, dass ich das jetzt nicht mehr scharf war. Ich habe nach links geguckt, da sah ich einen anderen stehen. Einen anderen was? Einen anderen Mann, Menschen und dachte sofort, aha, die beiden sind zu zweit und dann waren die weg. Und dann habe ich mich erst mal hingesetzt und habe versucht, mir über die Situation klar zu werden, was jetzt eigentlich passiert. Und ich habe krampfhaft versucht aufzuwachen. Und das ging nicht. Also ich war ein bisschen wie im Schock. Ich habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich dann rübergegangen bin zu meinen Freundinnen, weil irgendwie war in meinem Kopf so, du kannst dir das nicht damit belasten. Es war dann in dem Moment schon hell, ja. Wir haben im Sommer da gedreht und es war dann schon hell, ja. Und dann haben wir gleich die Polizei gerufen und das Verrückte war tatsächlich, dass dann fuhren diese ganzen Polizeiautos, genauso wie ich ja gearbeitet habe als Schauspielerin, fuhren die da rum und machten genau das Gleiche, was wir immer gespielt haben. Und das war ein bisschen tragisch-komisch. Also so, das habe ich schon realisiert in dem Moment. Und was noch tragisch-komisch war, also gut war, dass ihr dann schnell die Polizei verständigt habt und du offenbar, also es ist wirklich so eine ganz alte Quelle. Ich musste und auch mit Hilfe des RBB-Archivs, Christiane Trommer, die hat tief gegraben, war echt tief im Keller. Es gibt nicht so viel, was ich über diese Zeit finden konnte im Archiv. Und deswegen muss ich auch so ein bisschen rumstochern und fragen und es kann auch sein, dass ich da jetzt möglicherweise hier und da mal die falsche Information habe, weil die wenigen Sachen, die es gab, gab es auch über die Yellow Press manchmal, dass du den Täter oder die Täter ganz gut beschreiben konntest, sodass die auch gefasst wurden wenig später und dann ein 17-Jähriger offenbar dingfest gemacht wurde. Das Verrückte war tatsächlich, dass ich vielleicht aufgrund dessen, dass mein Gehirn dann so strukturiert war, wie unsere Vernehmungen im Prinzip abgelaufen sind, also anders konnte ich es mir nicht erklären. Das Problematische daran war nur, also wenn man davon überhaupt sprechen kann, aber das war dann ein bisschen ein kleines Trauma, dass ich mich an das Gesicht nicht erinnern konnte. Das war nämlich tatsächlich, wie als wenn man das so weggepixelt hätte und das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig, weil alles andere, daran konnte ich mich wirklich gut beschreiben, die haben auch gute Fragen gestellt und dann war ich nach Drehschluss, ich habe natürlich an dem Tag auch gedreht, ausgerechnet auch was, wo ich auf den Knien sitzen musste. Das war ein bisschen heftiger, aber ich dachte so, Gott meint es wieder mal gut mit mir. Und dann war ich abends bei der Polizei und habe dem gesagt, Mensch, und können Sie mir nicht, die wussten dann, wer es war und sagten dann auch, Mensch, Sie haben Glück gehabt, das ist ein 17-Jähriger, der war schon vorher auffällig und so. Hätte auch jemand anders sein können, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders abgegangen. Wie konnten Sie dem nur nachreden? Das war ein Reflex einfach, ja. Und der hat dann, aufgrund dessen, dass ich, dass ich wirklich gesagt, ihn fast angefleht habe, ich brauche da ein Foto, weil ich werde verrückt. Weil dir das Gesicht fehlte? Ja, das Gesicht fehlte mir und das war so ein bisschen wie bei so einem Gruselfilm und ich gucke mir keine Gruselfilme an, weil da bin ich schon eigen. Also so dann, gerade wenn der dann alleine irgendwo in so einer Ferienwohnung, nicht mal dein Haus oder deine Wohnung irgendwie, da würde ich dann schon überall in die Schränke gucken. Ja, dass der aber auch nicht maskiert war, ist auch wirklich ziemlich bescheuert. Und was hat das, welchen Einfluss hatte das auf dein späteres Verhalten? Also ich kann mir vorstellen, dass du kurz danach sehr viel ängstlicher warst als kurz davor. Würdest du sagen, dass sich das wieder eingependelt hat, dass du wieder ein furchtloser Mensch bist oder furchtloser wieder geworden bist? Also ich hatte in dem Sinne nicht wirklich Angst, man kann es vielleicht Naivität nennen. Ich habe dann so, ich habe aber in mir so ein Glauben, dass der Mensch gut ist. Und ich wusste, dass ich jetzt nicht mehr bei offener Balkontür schlafen kann, was meinen Freiheitsgedanken eingeschränkt hat. Weil ich habe, egal wo ich war, habe ich immer meine Terrassentür aufgelassen. Und da habe ich halt, sonst wäre der gar nicht reingekommen, hätte er gar nicht geschafft, glaube ich, im Erdgeschoss da die Terrassentür offen gelassen. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich die dann wieder geöffnet habe. Aber das hat dann recht schnell wieder funktioniert. Ich glaube, da kannst du wirklich froh sein, weil manche Menschen mit so einem Trauma, so einer Wunde, so einer Erinnerung einfach ihr Leben lang dann rumlaufen. Und das schränkt die Freiheit ein. Also dir ist dann nichts passiert, deine Fotos sind da, dein Handy ist da, dein Geld ist wieder da oder so. Aber du büßt dennoch was ein, was du vielleicht nicht wieder zurückfasst. Ja, so was ganz Kleines. Ich glaube aber bei all diesen Dingen, die uns immer wieder passieren, wenn dann der Fokus so weggerückt wird. Also bei mir war das natürlich, dass dann gleich die Bild-Zeitung kam. Und dann hast du an dem Tag noch ein Interview gegeben. Und das hast du gegengelesen. Und am nächsten Tag erscheint das aber ganz anders. Und dazu Fotos, wo du, nicht du, sondern wo ich eigentlich hätte wissen müssen, weil ich ja ein geübter Hase bin, naja, natürlich werden die das so nicht rausgeben und, und, und. Aber ich war erschüttert, weil da stand auch die Adresse von dem drin, da stand der Name von dem drin. Diese Sachen, also so nach dem Motto Springer darf alles. Und da habe ich Angst gekriegt, weil ich dachte, ich weiß ja gar nicht, was das für eine Bande ist. Wenn die dann denken, ich hätte das gesagt, ja, also so diese Sachen. Das, das ist das eigentliche Trauma bei dem Ding gewesen, das damit noch geworben wurde, letztendlich. Das fand ich wirklich unanständig. Ulla Meinicke hast du mitgebracht. Ja. Mit der geht's los. Die hat, Reinhard May neulich auch, also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir Ulla Meinicke in dieser Sendung hier gespielt haben. Das habe ich gehört. Das war ein tolles, das, ne, also wenn ich jetzt sage, es ist ein tolles Gespräch, meine ich gar nicht meinen Partnerin, sondern es war ein wunderbarer Gespräch. Ein Gesprächspartner, ein so toller Mensch auch. Also wer das nicht gehört hat, kann es sich als Podcast jederzeit anhören. Du hast dich für den Song Ein großes Herz entschieden. Sag mal kurz, warum du dieses Lied ausgesucht hast. Es gab eine Situation in meiner Familie, als meiner Tochter eines kleinen Trostes bedarf und es war abends und ich schicke dann immer Lieder rüber, weil Lieder einfach noch mehr ausdrücken können, gerade in ihrer Sicht, die ist ja auch Sängerin. Und dann kam zurück bei diesem Lied, oh Mama, ich habe noch nie ein Lied gehört, was so sehr du bist. Und das hat mich zu Tränen gerührt, wirklich, aus Gründen einfach so. Das war so ein ganz klarer Satz, der aber so viel Gefühl drin hatte und so ein wahnsinnig schönes Kompliment. Und ich habe mich so unfassbar gesehen gefühlt. Die Atmosphäre hier ist kühler als das Lächeln von Astuadest. Die Schauspielerin Claudia Schmutzler ist heute hier zu Gast. 1966 bist du in Dresden zur Welt gekommen und im Dresdner Stadtteil Omsewitz aufgewachsen. Ich war noch nie in Omsewitz. Wie war es früher, wie ist es heute? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich befürchte, es ist noch genauso, dass wenn man die Straße runterläuft und etwas anders ist als der Durchschnitt, dass dann die Gardine zur Seite gezogen wird und ein jüngerer oder älterer Mensch da einfach so verschämt durchlugt, sich noch nicht mal zeigt. Das ist die etwas negative Seite. Die positive ist ganz viel Grün, ganz viele Tiere, ganz viel gute Luft. Auf dem Dorf halt in Dresden. Ich habe mir mal so Fotos angeschaut und konnte jetzt gar nicht so einen festen Eindruck bekommen. Diese Fotos, ich konnte das, was ich da gesehen habe, nicht zu einem Bild vermengen. Also ich habe Plattenbauten gesehen und ich habe Landwirtschaft gesehen. Das scheint beides noch verhältnismäßig gegenwärtig zu sein und da so aneinander zu stoßen. Es gibt auch interessanterweise, wenn man aus Berlin rausfährt Richtung Norden, da fährt man auch manchmal durch extreme Plattenbaufiertel und plötzlich ist es Plan. Und plötzlich ist da, hat man das Gefühl, das ist so Bullerbü oder schon tiefstes Brandenburg. Und so scheint es ein bisschen auch in Omsewitz zu sein. Genau, das ist genau das, was du sagst. Das ist dieses auf der einen Seite, und ich hatte das Glück, bis ich ungefähr zwölf war oder so, auf der Reutscher Straße heimisch gewesen zu sein. Ganz oben wohnte mein Vater und unten wohnten meine Großeltern und es waren Einfamilienhäuser. Und dann bist du vielleicht so anderthalb Kilometer nach links gegangen und da kam Gorpitz. Und das war dann ein großer Plattenbau, der heute viel schöner gemacht ist, aber riesig ist. Riesig. Und wenn du da auf dem Balkon, meine Mutter wohnt heute da in so einem neu gemachten, schönen Plattenbau. Und wenn du auf dem Balkon stehst, kannst du richtig runter nach Dresden gucken, das war schön. Aber früher war es so, dass da die Leute gewohnt haben, die wirklich sehr, sehr wenig Geld hatten. Und das war schon so krass, dieses ganz Arm gegen ganz Reich. Hilf mir mal bei der Einordnung, weil ich es so verstanden hatte, dass, als die Plattenbauten kamen, waren das eigentlich die Wohnungen mit der besten Infrastruktur. Aber das dann so in Altbauten und zum Beispiel, die wurden ja oft gar nicht saniert. Also das, was man heute sagt, wow, du wohnst in einer Altbauwohnung, war früher so ein bisschen second best. Weil da gab es das Klo im Treppenhaus, auf dem Gang im Zweifel und Ofenheizung und so. Und die Plattenbauten waren, da gab es dann Fernwärme und da gab es eine Durchreiche und da gab es einfach drei Zimmer oder sowas in der Art. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist so lustig, wenn wir hier über mein Leben reden. Und ich komme mir dann vor wie ein Dinosaurier. Übrigens in letzter Zeit häufig, wenn man so auf sein Leben runterguckt, so Sachen erzählt wie, na klar, als ich meine große Tochter geboren habe. Und dann war die noch so winzig und dann bin ich jeden Morgen um fünf aufgestanden und habe da die Kohlen geschippt und habe da den Ofen geheizt. Und das Größte war dann später mit ihr in eine Wohnung zu ziehen. Das war zwar kein Plattenbau in dem Sinne, aber Neubau, wo es eine Zentralheizung und ein Klo gab, was da wirklich in der Wohnung ist. Und das, wenn so meine Kinder stehen da oder andere Leute mit offenem Mund und gucken mich an und denken, so alt ist sie, sondern gar nicht oder was. Und wenn ich von diesen Sachen erzähle, erscheint es mir selber so, als wenn es gar nicht wahr wäre. Und ich weiß noch, als ich schwanger war mit meiner großen Tochter, bin ich aus der Dresdner Neustadt, wo ich damals gelebt habe, in so ein Haus, was wir schwarz eingenommen hatten sozusagen, das war ja gang und gäbe damals, bin ich dann doch wieder zurück zu meiner Mutter, weil die hatte eine Badewanne. Und ich wollte da einfach irgendwie nicht nachts raus auf diesen Gang, wo das war, gab es kein Licht und nichts. Und das war so plumpskloartig. Und heute denke ich so, bist du bescheuert gewesen. Es war doch total schön und romantisch. Aber als dann so, der Bauch wuchs und wuchs und ich dachte, um Gottes Willen, nein. Und da war das so wirklich die Zuflucht, zu meiner Mutter zu gehen. Die hatte diese Badewanne, daneben war die Toilette und die hatte einen Balkon. Und das war das Größte an Luxus. Was natürlich nicht schön war, war das ganze Klientel ringsherum. Es war unfassbar laut und zusammengewürfelt und sehr aggressiv. Aber das war egal damals, der Fokus lag da nicht drauf. Ich beobachte das an mir auch, dass ich da, entweder hatte ich einen anderen Radar oder andere Nerven oder einen anderen Fokus, wie auch immer. Ich konnte das ausknipsen oder war möglicherweise Teil dessen. Ich weiß es nicht. Also heute bin ich ungleich geräuschempfindlicher. Luxus ist für mich, dass ich andere Menschen nicht leben höre. So komisch das klingen mag. Nicht atmen klingt schon leicht so psychotisch, aber ich lebe mitten in der Stadt. Also es ist nicht so, dass ich, ich kann ja aufs Land ziehen. Es geht nicht darum, dass ich keine Autos hören will und dass ich keine Leute vor den Cafés, das ist gar nicht das Ding. Aber wenn ich in meiner Wohnung bin und in meinem Schlafzimmer bin, möchte ich nicht, dass, also ist das für mich der totale, absolute Luxus, wenn da Ruhe ist und ich nicht höre wie Nachbarn streiten oder sonst irgendwas, sondern da ist Ruhe. Dann ist egal, wie groß das Schlafzimmer ist. Das kann auch ganz klein sein, Hauptsache es ist ganz ruhig. Genau, du denkst, du hast dein Leben für dich einfach, ne? Genau. Ganz wichtig, als ich mein Haus gebaut habe hier in Berlin oder am Rande von Berlin und der Makler sagt dann, Herr Dasta, das ist ja nichts für dich, das ist ja direkt hier in so einer kleinen Allee. Und ich sage, ja, aber das ist cool, da könnte man ja vorne, das Haus, hinten ist ein großer Garten und links und rechts sehe ich, dass die Nachbarn mir nicht zu nahe kommen. Und das Haus dahinter ist so weit, also es war für mich ein, also ganz ausschlaggebend, dass das weit gefühlt weit weg war. Und die Straße vorne, das war für mich nie ein Problem, weil, ja, der Garten geht ja nach hinten raus, ich habe alle Fenster, die große nach hinten raus gemacht und für mich war es eher eine Anbindung ans Leben, dass da noch was stattfindet. Ich verstehe, ja. Ja, Herbert Roth hast du mitgebracht und damit steigen wir tiefer ein in deine Kindheit und das Lied heißt passenderweise »Kleines Haus am Wald«. Warum hast du das ausgesucht? Als es darum ging, die acht Songs meines Lebens aufzustellen, wusste ich, dass ich jetzt nicht perfektionistisch ranzugehen brauche, weil da sitzt man ja ewig. Gott sei Dank hatte ich auch nicht die Zeit, aber ich hatte eine, ich habe eine Sterbe-Playlist, eine Sterbe-Lied-Playlist und da sind schon alle wichtigen Songs von mir drin und da dachte ich, nehme ich ein paar daraus oder sehr viele daraus. Die haben auch schon einen Bezug zu gewissen Personen und so und dann lief das so durch mich durch alles und ich habe es nochmal geändert, weil ich dachte, ja, aber du hast ja komplett deine Kindheit rausgenommen und all das. Und meine Kindheit sind halt mein Opa Siggi und meine Oma Ilse, die halt auch auf der Reutscher Straße gelebt haben und die hatten in Thüringen für sieben, acht Jahre waren die Ferienwarte von so einem großen FDGB-Ferienheim. Und meine Oma war gelernte Köchin und die hat alles da gewuppt, was das anbelangte und mein Opa hat alles andere gemacht und es war ein riesen FDGB-Heim und das war halt am Rennsteig und mein Großvater hat immer, wenn ich mit ihm zusammen war, hat er Herbert Roth gehört. Ich selber bin von Anfang an, ich weiß nicht wieso, nie auf Schlager oder auf diese Art von Musik abgefahren. Ich mochte schon immer was anderes, auch wenn man jetzt nicht so viele Möglichkeiten hatte, da zu gucken im Osten, gerade nicht in Dresden, aber dadurch hat es für mich so was Weiches und Warmes und diese Musik. Und es gibt doch dieses kleine Haus am Wald und da hat er mich hingeführt mit meiner Großmutter zusammen und für mich ist das, da könnte ich heulen, wenn ich daran denke, wenn diese Musik in mir erscheint. Weil das ist, meine Großeltern sind für mich die pure Liebe. Kleines Haus am Wald Die Schauspielerin Claudia Schmutzler ist heute hier zu Gast. Sie kennen sie aus der Soko Wisma, für alle Fälle Stefanie und Rückwärtschronologisch eben auch durch GoTrabiGo, aber da sind wir noch nicht. Wir sind ganz am Anfang deines Lebens, obwohl du eben das Wort Sterbe-Playlist benutzt hast und ich ganz selbstverständlich gesagt habe, ohne nachzufragen. Ich bin aber nicht sicher, ob wir dasselbe darunter verstehen. Was ist denn für dich eine Sterbe-Playlist? Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein Mensch bin, der gerne kleine Inszenierungen macht, zum Beispiel in der Familie. Das fing schon ganz früh an, wenn wir zeitig ins Bett mussten, dann habe ich meinen Bruder gezwungen, mit mir was einzustudieren und dann sind wir rüber in die Stube zu meinen Eltern, die da vor der Glotze hockten und haben da was vorgeführt. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben und ich stelle mir mein Sterben, wenn es dann kommen muss, so vor, dass ich natürlich explizit vorgebe, was da abläuft, welche Musik gespielt wird. Mir schwebt sogar vor so eine riesen Leinwand, wo ich nochmal letzte Worte spreche und wenn ich so einen Abend habe mit mir allein und ich bin sehr gerne mit mir allein, nehme ich mir eine Weißweinschorle, eine Zigarette und dann höre ich mir die komplette Sterbe-Playlist vor. Wie viele Songs gibt es da schon? Auch so acht, neun oder zehn, also nicht zu lang, das ist auch zumutbar, ich glaube sogar noch weniger und sehe dann dabei so Bilder, die entstehen, wie wir Künstler das so machen, so wie ich dann spreche zu meiner Tochter, zu meinem, die Freund lässt grüßen, eine kleine Katze am Hals und ich sehe mich da selber, wie ich ganz weiße. Und zu meinem Sohn, ich habe gesagt, zu meiner Tochter, zu meinem Sohn, es ist in der Katze verschluckt gerade gewesen und zu meinen Freundinnen und, 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 sehe ich wirklich gehaltvolle Worte sprechen, humoristisch unterlegt und so und dann muss ich vor lauter Rührung über mich selber heulen und das entspannt mich so, so sehr. Und ich muss dann schon wieder so lachen über mich, weil ich dann so, das kann man ja irgendwie vor sich sehen, wie ich da so Gedanken verloren sitze und diese wundervolle Musik und diese Worte und diese Bilder. Wie geht's denn los? Also wie geht's denn los, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es ist ja alles sehr, also ich finde, vieles daran gefällt mir sehr. Die Kombination aus Tod und Amüsement beispielsweise, denn wir alle nehmen den Tod viel zu ernst, nicht, dass wir uns freuen, aber in manchen Fällen vielleicht sind wir nicht nur traurig, aber in vielen Fällen sind wir natürlich geschockt und so weiter. Manchmal ist es eine Erleichterung, manchmal ein Schmerz, der nicht wieder gut zu machen ist oder irgendwann dann doch. Heilt denn die Zeit alle Wunden? Nein. Nein. Also, nichtsdestotrotz, wir müssen damit dealen, denn noch nie ist jemand nicht gestorben, ja? So. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und es hilft, wenn wir so ein bisschen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn wir da so ein bisschen Humor einflechten, hineinflechten. Ja. Aber stellen wir uns jetzt mal diese Trauergemeinde vor, sagen wir mal, es ist nicht öffentlich, der Springer Verlag hat nicht Wind davon bekommen, wo es stattfindet, sondern du konntest deine Gästeliste, die du natürlich auch perfektionistisch schon vorbereitet hast, umfasst, sagen wir mal, 70 Leute. Oh Gott. Weniger? Wahrscheinlich. Gut, sagen wir mal 50. Für nur die engsten. Okay. In einem Raum, der dir gefällt, vielleicht sogar bei gutem Wetter im Garten. Dann musst du natürlich zusehen, dass da, wo der Beamer ist, mit der Leinwand für deine Message, dass da nicht die Sonne draufknallt. Aber daran, was du gedacht hast, weil du klingst jetzt schon … Naja, also so perfektionistisch, wie du das jetzt beschreibst. Ich muss ehrlich sagen, so weit bin ich noch gar nicht vorgerückt, weil mich dann doch die Rührungstränen sozusagen so umgehauen haben, dass ich dann gar nicht so weit gedacht habe. Also ich sehe aber, was ich vor mir sehe, ist wirklich ein geschlossener Raum. Eigentlich auch immer so was wie eine Kirche, obwohl ich wirklich nicht gläubig bin. Du hast aber vorhin schon Gott gedankt. Gott, ja, aber Gott ist für mich der kleine Dicke, der da oben sitzt, der ab und zu meinen Stinkefinger zeigt, mit dem ich mich anlege und ab und zu mal sage, nicht so viel vom Schlechten auf einmal. Oder danke für das Gute oder so. Er ist ein dicker Mann. Er ist ein kleiner, dicker Mann. Ja, verstehe. Das Patriarchat setzt sich durch. Ja, genau. Und jetzt so, wo wir drüber sprechen, sehe ich das eher, dass man das … Ich sehe einen Sommer vor mir. Das ist verrückt, wenn der Podcast dann sozusagen gespielt wird, wenn ich meine Trauerfeier wirklich habe und gar nicht mehr da bin. Es ist Sommer, es ist ein riesen Grillfest, es ist absolut verboten, schwarz zu tragen, es gibt nur bunt. Wenn es Blumen überhaupt gibt, dann wirklich nur was Buntes, noch nichts, was so gleich so stirbt oder so. Es soll bitte viel gelacht werden. Und dann soll es bitte so sein, wie ich es in meinem Coaching auch immer sage, wenn du traurig bist, nimm dir Zeit für Trauer. Und wenn du … Aber stell dir den Wecker danach, bitte, ja. Also so, ich bin ja auch Coach für Krisenmanagement unter anderem und Selbstführung. Und dann sage ich sehr gerne, okay, wenn du weinen musst, verheul doch nicht den ganzen Tag so mittelmäßig. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen dürfen und bevor der Wecker angeht, zehn Minuten weinen und dann ist okay. Ich sage mal so, ganz am Anfang von einer hohen Krise darf man sich eine Stunde am Tag einteilen oder man nimmt sie zusammen und macht das abends. Und am Tag darf man denken und versuchen, sich mit Strategien ein bisschen von diesem Gedankenkausel wegzubewegen. Aber richtig weinen, also man gestattet sich doch so wenig, so richtig loszulassen. Und ansonsten mach doch mal, wenn du traurig bist, dass du dein geilstes Trauriglied nimmst, das anmachst, schön dir eine Weißweinschorle reinstellst oder ein Rotwein oder ein Bier. Und dann heul mal richtig los, also dann gib mal alles rein und dann wein dich aus und stell bitte vorher den Timer. Und dann ist alles draußen und wenn du, also deine heilige Dreifaltigkeit, wenn ihr alle zusammen wisst, es gibt diesen Moment am Tag, wo ich mal komplett loslassen kann oder dreimal am Tag, je nachdem. Ich gucke immer bei wem, wie viel und wie lange. Und ansonsten darfst du deinen Gedanken nachhängen, deinem Beruf nachhängen und alles. Aber jetzt ist die Zeit zu weinen. Interessant. Und das, finde ich, ist, was kommt mir sehr entgegen, weil ich bin auch ein kontrollierter Mensch und es hat auch viel damit zu tun, einfach so richtig loszulassen. Und deshalb muss auch bei meiner Trauerfeier, obwohl ich das Wort muss gar nicht mehr so mag, das ist auch Quatsch, also deswegen darf jeder dann auch dabei sein, wenn es dann mal richtig zur Sache geht. Und dort muss nämlich auch geweint werden, dort möchte ich wirklich auch, dass um mich geweint wird, aber nur in der Zeit, wo diese Ansprache von mir kommt, wo die Inszenierung kommt und ich sehe meine Kinder jetzt schon kotzen, weil das ist so dieses typische, ich mache das ja auch zu Weihnachten. Es gibt jedes Jahr zu Weihnachten eine kleine Inszenierung von mir, die fängt immer gleich an mit der Katzenklappe, durch die ich als Weihnachtsengel nicht passe. Also jeder aus der Familie macht freiwillig oder unfreiwillig mit und letztes Jahr zu Weihnachten habe ich gesagt, als ich dann endlich oben war, in meinem Kostüm. Oben durch den Kamin, im schlimmsten Fall? Wo warst du oben? Na, als ich oben war, ich komme ja immer unten, die Katzenklappe ist unten, dann geht es die Treppe hoch mit den schweren Säcken. Du gehst aber nicht wirklich durch die, du gehst doch nicht durch die. Nein, es wird gespielt, ja, mit Klopfen und allem, ja genau, das wissen die auch schon. Und dann habe ich letztes Jahr zu Weihnachten auch gesagt, genießt es jetzt, wer weiß, wie lange es noch dauert. Ihr werdet euch nochmal danach sehnen, nach meinen kleinen, feinen Inszenierungen. Und so soll es auch bei meiner Trauerfeier sein. Gut, bevor wir hinter die Trauerfeier einen Haken machen, würde ich gerne noch wissen, wie die ersten zwei, drei Sätze lauten. Um Gottes Willen. Ja, okay. Liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde? Natürlich. Ich habe ja eine Gemeinde. Du hast eine Gemeinde. Ich gehe jetzt mal davon aus, dieses Wort ist mir einfach jetzt gekommen und dann wird es schon richtig sein. Außerdem soll es ein bisschen lustig sein. Liebe Gemeinde, alle fragen sich dann. Das ist aber noch kein Satz, liebe Gemeinde. Das ist ja erstmal der Anfang. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum, leider nicht zur Wiederauferstehung von Frau Schmutzler, sondern zum Sterbetag von dieser unfassbar tollen Frau. Lacht und weint, esst und trinkt und haltet jetzt einfach durch, denn jetzt wird es hart, denn sie spricht noch einmal zu euch. Oh Gott. Und was du dann sagst. Aber gut, das sollten wir im Privaten lassen. Schade eigentlich. Ja. Hier haben wir ein Lied, das du mitgebracht hast und ich habe hier so ein Stichwort, Aufnahmeprüfung, Theaterhochschule. Wäre dit nicht wunderschön? Ja. Aus My Fair Lady. Ja. Es erklärt sich ja momentan von selbst, wir hören es einfach und danach erzählen wir uns mal an diese Zeit heran. Ja, damit wir nicht zu viel vorwegnehmen. Au, 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 Mensch, fast ein Pfund. Wo sollst du denn dies ja hin, ihr Leiser? Bier ritz? Nur ein Zimmerchen irgendwo, mit nem Sofa drin sowieso. Und Jas Beleuchtung, oh, oh, wäre denn nicht wunderschön. Bevor du, liebe Claudia, Schauspielerin geworden bist, gab es ja ein Leben als Kind, von dem wir eben schon ein bisschen erfahren haben, deine geliebten Großeltern. Stell uns doch mal deine Eltern vor. Meine Eltern sind nur 20 Jahre älter als ich, sehr jung. Mein Vater ist von Berufs wegen Bauleiter gewesen, dann Architekt, später meine Mutter, auch 20 Jahre älter nur als ich, als Sachbearbeiterin gewesen. Später dann nach der Wende hat sie jeden Beruf ausprobiert, der nur ging, unfassbar fleißig. Und beide sind getrennt, Gott sei Dank. Kindheit war nicht so prickelnd, die haben sich nicht so verstanden, die waren einfach zu jung aus der heutigen Sicht. Und dein Bruder, habt ihr euch verstanden, wie weit seid ihr auseinander? Wir sind zweieinhalb Jahre auseinander und mein Bruder wurde mir immer aufs Auge gedrückt. Also er ist jünger als du. Ja, er ist jünger als ich und da ich immer schon ein extrovertierter Mensch war, aber das nie wirklich ausleben konnte, das habe ich erst gelernt in der Schauspielschule. Ich galt als schüchternes Kind, war ich aber gar nicht. Unter meinen Freunden war ich immer der Chef, der King, der Bandenchef, genau. Ich habe eine Schar um mich gehabt von drei, vier Leuten, Jungs und Mädels und wir haben Buden gebaut im Garten von Nachbars und haben uns Brote gekauft und haben die über kalten Feuer geröstet und so. Also früher war das ja noch so, dass wir wirklich sind durch eine Lücke im Zaun zum Nachbarn nebenan, zum Nachbarn Mervitz, der uns dann ab und zu verscheucht hat. Und einmal ging es so schlimm, dass ich auf einen Baum geklettert bin, auf einen Kirschbaum und der kam mit seiner Schrotflinde. Ja, die anderen sind abgehauen, es war auch gut so und ich saß da oben und dachte, wenn der mich jetzt erschießt. Und dann dachte ich, Gott sei Dank sind meine Schuhe unten braun, also so eine braune Sohle und ich habe nicht geatmet. Ich dachte, vielleicht falle ich, kriege ich einen Herzinfarkt und falle vom Baum. Das war damals offensichtlich schon so, dass ich sehr hohe Anteile des Theatralischen in mir hatte. Es ist gut gegangen, er war weg und wir haben weiter Bude gebaut. Und mein Bruder musste immer mit und er hat sich immer so dusselig angestellt und dann haben wir mal gespielt Feuerholz sammeln. Und da war so eine hohe Mauer, da haben wir das Feuerholz hoch und er sollte immer ein bisschen mit den Ästen gucken, welche nicht ging. Und irgendwann dachte ich, wo ist der? Und dann gucke ich runter. Es war eine Mauer, die war fünf, sechs Meter hoch und dann lag der unten. Also wir hatten den mit dem Feuerholz runtergeschoben sozusagen. Und dann sah ich schon jemanden aus unserem Haus gerannt kommen, der ihn dann trug. Und na, da habe ich was erlebt zu Hause, ja. Es wurde auch damals nicht gefragt, warum, wieso, weshalb, ja. Also ich habe gewaltig was zu hören gekriegt. Und dieser Mervitz, was war denn besser an seinem Garten? Wuchsen da die ganzen Obstbäume oder warum habt ihr lieber bei dem gespielt? Ja, weil das war ein wildes Grundstück. Und da bei uns auf dem Grundstück, da war so ein kleiner Buddelkasten. Also wir sind ja mehrfach umgezogen, das war dann nicht die Reutscherstraße, sondern die Gompitzerstraße. Und da war überall waren die Wäscheleien und dann so ein kleiner Buddelplatz. Und wir sind, wir wollten frei sein. Wir sind da durch den Zaun gekrochen und das war ein total wildes Grundstück. Wir wussten aber, da durften wir nicht sein. Wir waren den ganzen Tag da. Den ganzen Tag. Kann man sich ja heute gar nicht, da wieder das Dinosaurierprinzip, dass das, keine Viertelstunde kannst du ja heute die Kinder aus den Augen lassen. Wir waren den ganzen Tag weg. Das Interessante ist, glaube ich, an unserer Generation, dass es davor ja immer so war. Und das, was mit uns jetzt hier gerade passiert, deswegen kommen wir uns so alt vor, dass sich die Dinge extrem schnell verändern. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern das sind dann auch richtige Riesenveränderungen. Also wenn, dass so Generationen übereinander den Kopf schütteln bei so Sachen, da müsste eigentlich viel mehr Zeit dazwischen liegen. Aber jetzt, wenn du deine Kindheit mit der deiner Tochter vergleichst, ist das komplett anders. Also das ist schon interessant. Wobei es bei uns noch mal ein bisschen anders war, dadurch, dass ich ja in den goldenen Zeiten, wie du schon vorhin gesagt hast, eine Hauptrolle hatte bei einem Privatsender bei Sat.1, für alle Fälle Stefanie, konnte ich mir Geld zusammensparen und habe aufgrund dessen auf der Insel Hittensee ein winziges Häuschen mit einem großen Stück Land erworben. Und das war für meine Kinder das eben in Ansätzen, was meine Kindheit für mich war. Also ich habe tatsächlich vor kurzem erst die Geschichte erzählt, dass wir haben da auch immer unheimlich viele Kinder mitgenommen und so als Spielgefährten. Meine Kinder liegen ja zwölf Jahre auseinander. Und als mein Sohn einmal mit oben war, da wollte ich irgendwie um halb, um zwei endlich schlafen gehen. Und dann kamen die rüber, die beten die Jungs, da waren die so elf, zwölf und meinten so, kommen wir doch mal zum Strand, da stand dieses Riesenei und das wollen wir noch mal beobachten, angucken, anfassen. Und ich dachte, oh Alter. Aber ich wusste ganz genau, ich lasse die gehen. Es war mir schon klar, dass ich dann die nächsten zwei Stunden wach liege. Natürlich habe ich auch gesagt, Freunde von der Sommerwiese, kein Fuß geht da ins Wasser. Ich musste aber mich darauf verlassen, ihnen zu vertrauen und habe das Mantra rausgebracht, was ich immer noch in mir trage und meinen Kindern weitergebe. Ich vertraue dir und dann geh mal los und nimm dein Handy mit und gut ist. Und dann kommen die zwei Stunden später wieder, waren total glücklich und hatten sich ein Stück Leben wieder erobert. Mitten in der Nacht, also an der See, an der Ostsee, ja, irgendwie, ohne irgendwie. Und das sind so Sachen, die konnten dort auch den ganzen Tag draußen sein und können es jetzt noch. Aber als Kinder eben, die hatten wirklich auch eine Kindheit, Bullerbü hatten die da. Ich verstehe natürlich auch, dass man Angst hat, weil man weiß, wie viel passieren kann. Aber wenn du jetzt an deine eigene Kindheit und Jugend zurückdenkst, wir werden uns gar nicht all der Situationen gewahr sein, in denen es hätte schief gehen können. Mal abgesehen von den Situationen, in denen wir wussten. Oh, gerade noch mal Glück gehabt. Ob man auf einem Kirschbaum sitzt und nicht erschossen wird oder beim Trampen dann doch noch rechtzeitig aus dem Auto gesprungen ist oder so. Also es gibt ja unfassbar viele Situationen, die hätten schief gehen können. Immer. Immer. Du sagst das mit so einem, ja, mit so einem Abenteuergrinsen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du die Chefin deiner Clique warst. Deswegen gehst du auch zu dem Wort Gemeinde über. Ja, wahrscheinlich. Du bist die Religionsanführerin. Andere würden sagen arrogant und ich sage, ich weiß, dass ich polarisiere. Nein, das ist einfach so, das ist offenbar eine Selbstsicherheit, die da aus dir spricht. Wer hat dich denn dann für schüchtern gehalten? Sag mal so, ich war nicht immer so. Also bei mir kam es tatsächlich erst, als ich zur Schauspielschule ging und gemerkt habe, wer ich eigentlich bin. Ich habe mir nicht viele Sachen getraut. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du… Als Bandenchef, ja, da war ich aber zu Hause nicht. Also zu Hause in meiner Familie. Da wurde, stimmt, das war die Frage, da wurde ich als Schüchtern betraut und auch in der Schule war ich diejenige, die immer nach unten geguckt hat. Aber da mit meinen Freunden, da war ich der Chef. Da habe ich es schon ausgelebt. Da hast du recht. Und was denkst du, warum du dir das zu Hause, warum du zu Hause eine andere warst, warum du dir da nicht so viel zugetraut hast oder eher ängstlich warst? Das hat halt mit meiner Familie zu tun, aus der ich kam, wo einfach dieser, wie nenne ich ihn das, ohne den jetzt zu nahe zu treten, weil ich habe meinen Frieden auch damit geschlossen, das war echt ein Krieg da, der Gernstadt zwischen meinen beiden Eltern. Und als Kind kriegst du ja alles mit und spürst alles und da benimmst du dich so unauffällig wie möglich. Verstehe. Und in der Schule sollte ich gute Leistungen bringen und alles und bin dann auch auf so eine russische Schule geschickt worden, weil ich in der zweiten Klasse total gut war. Und das waren dann also Vorzeigedinger und ich merkte aber, dass es hat nicht bloß mit Russisch zu tun, sondern in jedem Fach wurdest du extrem gefordert und ich bin mathematisch, physikalisch, chemisch totaler Idiot, also kreativ, ja, deutsch wunderbar, alles schön, aber bei allem anderen habe ich derartig abgekackt. Also da war ich dann so diejenige, die dann zu Boden geguckt hat. Außerdem waren das auch gerade die Zeiten, wo ich dann in die Pubertät kam und mir nicht gefiel und auch von da, von zu Hause die falschen Dinge mitbekommen habe. Einfach nicht, weil die das, nicht weil mein Vater zum Beispiel das Böse meinte, sondern weil die das einfach nicht anders gelernt haben. Ich habe später auch mal mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, ist ja eigentlich klar, dass meine klitzekleine Essstörung daherkommt, dass du mir irgendwann mal im Ferienlager gesagt hast, iss bitte nicht zwei Brötchen, Punkt. Von da an habe ich keine zwei Brötchen mehr gegessen und fand mich hässlich. Ich war total schlank, also ich bin ja jetzt nicht die Gräte, aber ich bin muskulös und Sehne und mache viel Sport und es war damals auch schon so. Aber von da an fing ich an, weniger zu essen und später hat sich da richtig was entwickelt. Also da kam das Schauspiel natürlich dazu, wo so in meiner Schauspielschule, wir waren fünf, sechs Mädchen. Ich war die Einzige, die klein und, sage ich mal, athletisch war. Und dann habe ich mir verboten zu essen. Und dann wurde es immer schlimmer, weil irgendwann muss der Mensch ja essen und dann habe ich nachts da auf dem Klo gegessen. Also so. Und wurde immer dicker, immer dicker und bekam dann auch irgendwelche Gespräche. Du hast jetzt ja mal gefährlichst ein bisschen abzunehmen. So eine Sache. Was ja, ich würde gerne sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber was gar nicht so unglücklich ist. Und das Problem ist ja auch, dass man bei Menschen nicht weiß, welcher Satz der Satz ist, welcher Joke, welche Ironie, welches Dahergesagte, welches unüberlegte Beispiel oder Gleichnis sich jemandem zu Herzen nimmt. Ja, genau. Und dann, das ist dann wie so ein Widerhaken, der sich für immer irgendwie. Genau. Manchmal erscheint es mir sogar in der heutigen Generation so, dass die natürlich im Vergleich und Vergleiche hinken immer, aber aus meiner Sicht aus den kleinsten Sachen ein Trauma ziehen. Und dann denke ich manchmal sogar, also egal ist es nicht, aber du kannst wirklich aus dem kleinsten Ding, kannst du dir dein eigenes Traum, das klingt jetzt komplett falsch, ist es aber glaube ich nicht, wenn man mir wohlwollend gegenüber ist. Du kannst aus dem kleinsten Ding, kannst du ein Trauma ziehen. Das klingt jetzt sehr aktiv, aber so meine ich das gar nicht. Aber das ist so im Verhältnis, ich weiß noch, ich hatte mal einen Streit mit meinem Sohn und dann bin ich irgendwann wirklich, also so ein bisschen hochgeglüht, was sehr selten ist bei mir. Und dann habe ich wohl gesagt, was ist denn noch ein Wort und dann klatscht und dann fing der an mir zu sagen, du schlägst mich. Also der war auch völlig neben sich und wir hatten auch vor kurzem Gespräch, wo er gesagt hat, oh Mama, ich war so fies zu dir vor zwei Jahren und das alles, entschuldige mich und es tut mir so leid und ich war außer mir. Ich habe gesagt, das konnte ich alles gut da irgendwo reinsetzen, nur an diesem Punkt nicht und ich habe ihm dann da auch erklärt, dass für mich Schlagen was komplett anderes ist. Aus seiner Sicht ist die Androhung schon von Noah Feige, ist Schlagen und das allerletzte, was ich auch verstehe und bei mir war Schlagen halt das, was ich kannte, wenn es mal richtig gekracht hat zu Hause. Und deshalb konnte ich dann auch kommunizieren und das war dann auch okay. Okay, ich glaube, das Thema Ohrfeige und so ist nach wie vor eins, bei dem es irgendwie wackelt und ich auch nicht genau weiß, welche Haltung ich dazu einnehmen soll. Was ich verstehe ist, dass dieses Wort, dieses Wort Befindlichkeit hat so ein, so eine riesen Lobby bekommen. Das ist es, was Sie sagen, sehr gut. Naja, und ich beobachte das auch und ich ärgere mich wahnsinnig, dass ich, es gab neulich so einen Artikel, ich habe mir das leider nicht gespeichert, den wollte ich mir in Ruhe durchlesen, wo ich noch dachte, das ist jetzt aber sehr mutig, dass jemand sich dieses Themas endlich mal annimmt. Denn so gut es, glaube ich, gesellschaftlich ist, dass Menschen auch kleineren Themen gegenüber sensibler und aufmerksamer werden. Manchmal auch gegen ihren Willen, weil sie eben wissen, nee, 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 da hörst du jetzt mal schön zu. Das ist nicht richtig, nur weil es immer so gemacht wurde. Das ist einerseits sehr gut, andererseits ist alles ein Reigen an Befindlichkeiten und wir kommen mit den großen Diskussionen nicht weiter. Wir kommen mit den wirklich wichtigen Themen nicht weiter, habe ich den Eindruck. Genau das ist das, wo meine Tochter und ich, wir haben manchmal so eine Gender-Themen zum Beispiel oder im weit gefassten Sinne. Und dann kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, wo wir uns nicht mehr verstehen und wo ich dann aber ganz oft sage, du siehst weder den Kontext noch irgendwas anderes und aus meiner Sicht ist es halt so, verschleutere deine Energien doch bitte nicht auf das und das und das du mir jetzt sagst und das und wie ich es mache und hin und her, ja, sondern kämpf doch für die wirklich wichtigen Dinge, ja, und die wirklich wichtigen Dinge sind für mich zum Beispiel gleicher Lohn für alle, für Männlein und Weiblein und so weiter. Aber das würde jetzt viel zu weit führen, weil es ist ein Riesenthema. Ich habe da wirklich, glaube ich, einen guten Satz von meiner Therapeutin, die zu fast jeden Ding, und das stimmt, einfach sagt, das Maß macht das Gift. Und dieses Maß, wo wir uns bewegen, es ist so wie das, was wir vorhin besprochen haben mit dem, es war in meiner Kindheit so extrem so und in der Kindheit meiner Kinder ist es so extrem so, deswegen fühlt man sich wie ein Dinosaurier, wie zwei Welten irgendwo. Und wo ist denn das, wo man sich in der Mitte wieder begegnet, wo man nicht aus jedem Substantiv eine Krankheit macht und es also negativ belegt und der andere muss jetzt unbedingt darauf eingehen. Aber wo man auch, mir fehlen da richtig die Worte dafür, weil bei mir kommt dann auch so ein Trotz hoch. Also weil ich weiß ganz genau, dass ich zum Beispiel als Schauspielerin habe viele gute Dinge gelernt, aber eben auch viele, wo wir natürlich uns selber ausbluten. Und als ich zum Beispiel meinen Hörsturz hatte, das war am Tag der Premiere, wo ich eine Hauptrolle gespielt habe, neben zwei, drei anderen noch. Also zwei Stunden auf der Bühne und eine halbe Stunde vor der Vorstellung ging der Druck langsam weg, weil ich war vorher am Tropf und so weiter und so fort. Und ich habe das Ding gnadenlos durchgezogen und habe fünf Tage lang wie schaumgebremst gespielt, weil mein Motor ist das Bauchgefühl. Also bei mir läuft beim Spielen und beim Kreativsein Herz und Körper, Herz und Verstand zusammen. Und ich habe ein ganz, ganz subtiles Empfinden für eine Spielweise. Und ich, wenn das nicht zusammenläuft, dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht gut sein. Und dann sagte meine Tochter zu mir, ja, aber bist du denn verrückt? Du kannst ja nicht mit dem Hörsturz spielen. Also das würde denen im Traum nicht einfallen, was ja wiederum richtig ist. Aber auf der anderen Seite würden die schon wegen, ich meine ganz viele aus dieser Generation, bleiben wegen dem Schnupfen zu Hause, wo ich sage, brummst. Ihr habt ja aber keinen Respekt mehr vor den anderen. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass das Wort Belastbarkeit keine Lobby hat. Das ist auch so eine Sache. Belastbarkeit und Selbstdisziplin sind so Worte, die man, die so unsympathisch, also als Comicfiguren würden die wahnsinnig unsympathisch dastehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch dein Selbstwertgefühl und die Möglichkeiten, die in dir stecken, manchmal, dass du die dadurch entdeckst, dass du über deine eigenen Grenzen gehst. Dass du dich belastest mit etwas, von dem du dachtest, das schaffst du nicht. Genau. Dass du dir was zumutest. Und da haben wir das wieder, das Maß macht das, da haben wir es einfach. Das muss ja nicht ein Hörsturz sein. Aber das habe ich jetzt einfach nur als Beispiel bemüht oder als Vergleich, das hinkt natürlich. Aber das sehe ich auch gerade wieder an meinem Sohn, der auch gerade auf einer neuen Suche ist in seinem Leben. Und wo ich sage, hey, das ist der Erfolg. Merkst du das, wie du da über das und du kämpfst wie ein Tier und ich bin so stolz auf dich. Und er kann es empfinden, weil er sich da rein begibt. Und das finde ich so wichtig und so gut und so ganz viele Diskussionen. Es ist alles so fernab von Leben, es ist so fernab aus meiner Sicht von Handeln, was ich dann schade finde. Tim Fischer spielen wir jetzt, die Rennsteinprinzessin. Und wenn ich das Stichwort dazu richtig verstanden habe, beschreibt dieses Lied ziemlich gut den Job, in den du dich da begeben hast. Die Schauspielerei. Ja, absolut. Funzellicht glimmt in dem Schuppen, wo ich mich zur Nacht verkauf. Und wie all die anderen Puppen mir die Kerle schöner saub. Radio 1, die Hörbar Rust heute mit der Schauspielerin Claudia Schmutzler, zudem auch Coach, wie wir gelernt haben, zudem auch Quereinsteigerin in die Floristik. Das weiß ich, weil ich einen tollen Blumenstrauß bekommen habe hier zur Begrüßung. Vielen Dank nochmal dafür. Dass du Schauspielerin werden würdest, war nicht von vornherein klar. Wenn es nach dir gegangen wäre, hättest du es erst mal als Kindergärtnerin probiert. Aber das hat aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Warum nicht? Also Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. Rückblickend ist es wirklich so, dass ich hatte eine tolle Kindergärtnerin und für mich stand schon sehr zeitig fest, du wirst auch Kindergärtnerin. Und dann war die zehnte Klasse zu Ende und da ist man ja durchaus noch nicht weise oder schlau mit 16. Und so klar, wie das in meinem Elternhaus war, Schule, Beruf, das, das. Und da gab es ja auch Fristen damals in der DDR zur Bewerbung der Kindergärtnerei und die war ganz am Schluss. Und da hatte ich jemanden, der dann meinte, dass meine Stimme nicht ausreicht für die Kindergärtnerin, um das auszuhalten. Und ich dachte, wieso, woher will er das wissen? Außerdem dachte ich, da wird man ausgebildet. Aber der meinte, nee, das ist so. Die Stimme im Sinne von Ruhe jetzt, oder was? So ist im Stimme von Ruhe jetzt. Also, dass die nicht tragen würde und so weiter und so fort. Ja, alles klar. Jahrhunderte später sah es dann anders aus. Ja, aber ich bin, was das anbelangt, sehr froh. Nur, dass damals natürlich das Problem war, ich musste jetzt was lernen. Es kam mir gar nicht in den Sinn. In unserer Familie war es ganz klar, es geht weiter. Ja, so. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch als technischer Zeichner, weil das waren die einzigen Berufe, die noch übrig waren. Technischer Zeichner oder Sachbearbeiter. Und ich hatte in technischem Zeichnen eine Vier, bin mit meiner Mutter zu diesem Gespräch hin. Und ich weiß noch, dass der Prüfer sagte oder der Einsteuer oder wie auch immer dieser Mensch da, der da saß, sagte, was ist denn ein Kreis räumlich gesehen? Oder nee, der sagte, was ist denn das? Und zeigte ein Kreis, was ist denn das räumlich gesehen? Und ich wollte nicht. Ich habe gesagt, ein Kreis. Und meine Mutter haut so mit einem Ellenbogen in meine Seite und sagt, das ist eine Kugel. Und dann sagt der Prüfer, genommen. Und damit hatte ich diesen Ausbildungsberuf an der Backe und habe mich zwei Jahre lang extrem gequält, weil das hat so viel mit Mathematik und so weiter zu tun. Das Einzige, was mir gefiel war, mit dem Skribent dann die Sachen zu malen und zu zeichnen. Skribent, was ist das? Das ist so ein Füller, den hält man ganz steil. Und dann kann man auf, weiß ich gar nicht mehr, wie das Bord heißt. Dann kann man die Blätter bemalen, die man vorher konstruiert hat. Also mit feinen Linien ausgerechnet hin und her. Und da ich ja Jungfrau, Ascendant Skorpion bin, also ich bin schon Kontrolletti von Geburt aus, aber auch mit so einem leichten Stachel. Das war das Einzige, was mir gefiel. Aber ich kam mit diesen Menschen überhaupt nicht klar. Also das war für mich der Ausbund an Bürgerlichkeit, an Druck, an Zusammenpressen. Und das, was ich dann dort, wo ich mich wohlgefühlt habe, das war, wenn ich dann im Kollektiv die ganzen Talentwettbewerbe gemacht habe, alleine und habe die auch immer gewonnen. Und dann kamen immer mehr Leute zu mir, die gesagt haben, du musst Schauspielerin werden, du musst weg von diesem Beruf. Und dann habe ich mich auf die Prüfung vorbereitet. Du hast es durchgezogen? Ich habe es durchgezogen, ja. Ich war keinen Tag als technischer Zeichner beschäftigt. Interessant, dass du da, also daran merke ich, dass die Zeit an mir reibt, dass du immer technischer Zeichner sagst. Das würde mir im Leben, also du bist ja eine Frau. Also dass du dich nicht als technische Zeichnerin oder ich habe eine Ausbildung als technische Zeichnerin gemacht, dass du das nicht sagst, wundert mich. Ja, ich habe gar nicht das Bedürfnis. Aber da stellen sich bei mir auch schon so die Bürsten hoch, weil ich denke, ich bin Schauspieler und ich entscheide. Also für mich ist ein Mensch ein Mensch, der entweder was gut macht oder schlecht macht. Für mich ist ein Regisseur eine Regisseurin oder ein Regisseur. Wenn er seinen Beruf gut macht, mir ist das dann total Latte, ob dann innen, hinten dran hängt oder nicht. Und ich bin ein technischer Zeichner, das sind Männer und Frauen für mich, in meinem Verständnis. Verstehe. Und wenn mich jetzt jemand zwingen möchte, dass ich das aber doch gefälligst ordentlich zu, ich habe mal irgendwann zu jemandem gesagt, ich bin Schauspieler, sagt er, nee, du bist Schauspielerin. Ich sage, nee, ich werde es wohl wissen, ich bin Schauspieler. Und da gab es so eine kleine Debatte, wo ich sage, es geht komplett vorbei. Weil wenn jemand ganz freundlich zu mir sagt, ich hätte gerne, dass du zu mir sagst, das und das, dann sage ich sofort, wenn du das brauchst. Aber wenn ich das Gefühl bekomme, und es hat sicher mit meiner Prägung zu tun, dass ich irgendwo hingeschoben werde und etwas tun muss, mache ich es erst recht nicht. Und das ist natürlich ein bisschen mein kleines inneres, bockiges Kind, ist mir klar. Aber für mich ist das immer so, dass wenn jemand wirklich mir zeigt, er möchte so und so besprochen werden, dann mache ich das. Das sollte gar keine Rüge sein. Ich glaube, es hat mich, es interessiert mich. Ich würde auch nicht so weit gehen, dass ich mit dir da streiten würde oder so. Und das ist auch vielleicht nochmal eine kleine Klammer oder ein kleiner Pfeil zu diesem Gespräch, das wir gerade eben hatten. Bestimmte Gespräche führen wir schon gar nicht mehr, weil wir wissen, dass sich das so schnell erhitzt. Und das ist so schade. Weil wenn wir die Temperatur vielleicht ein bisschen runterkühlen könnten, wäre es ja immer wieder interessant zu erfahren, also ich respektiere das, wenn das für dich so ist. Ich wundere mich darüber, weil du ja auch zwei beste Freundinnen hast. Zu der sagst du ja, zu Eva, eine heißt glaube ich Eva, sagst du ja auch, das ist meine Freundin und ich, das ist mein Freund. Du machst aber einen Unterschied. Oder wenn du zum Beispiel eine Prüferin gehabt hättest, hättest du vielleicht von einer Prüferin gesprochen. Ja, wahrscheinlich. Wann man, ich will verstehen, warum du ein Zeichner bist und ein Schauspieler. Also ich will es nur verstehen, aber es ist auch überhaupt nicht weltweit, ist eigentlich gar nicht wichtig. Und bleib bei dem, wie es für dich gut ist. Wichtig ist ja der Respekt, den man anderen gegenüber bringt. Genau, es ist der Respekt und den bringe ich anderen gegenüber auf jeden Fall auf. Und für mich ist das Entscheidende, dass ich selber reflektiere, warum ich da so hänge und dass mir da so meine, so eine kleine Sturheit meines inneren Kindes so ein bisschen immer unter die Arme greift, weswegen dann auch vielleicht ein bisschen mehr Emotionalität hochkommt. Und da muss ich auch mal ein bisschen ackern da. Das würde ich auch machen, wenn ich da Zeit und Muse hätte. Das ist das Wichtige, glaube ich, daran. Es geht bei mir auch. Also ich will mich da überhaupt nicht anders darstellen oder aufgeklärter oder so. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, wieso sagst du nicht Gästin zum Beispiel. Da stellen sich meine Haare auf, weil ich das nicht sagen kann. Das bringe ich nicht über die Lippen. Und für andere ist es selbstverständlich. Und ich mag aber, dass sich da jeder seinen Brei rührt. Ich will nur wissen, was drin ist. Ja, ja. Weißt du so. Musik. Sarah Connor hast du mitgebracht und Henning Behland mit Bonnie und Clyde. Warum? Dieses Lied ist mir irgendwann mal über den Weg gelaufen und ich musste sofort an meine zwei besten Freundinnen denken. Ich weiß, das ist mein Gegenüber den anderen, die ich ausklammere. Aber bei mir hat sich das sehr ausgedünnt in den Jahren. Nicht, weil mich meine anderen Freundinnen enttäuscht hätten, sondern weil mein Leben ein bisschen kleiner geworden ist, weil ich das sehr feiere. Und weil diese beiden, Eva und Tanni, sind meine Herzensmenschen dahingehend, dass die wirklich mich begleiten und ich sie begleite. Also wir fangen und federn uns ab. Jeder weiß das wirklich Wichtigste vom anderen. Wir sind immer füreinander da. Und das ist für mich, also wenn mich jemand fragen würde oder mich vor die Entscheidung stellen würde, Mann oder Freundin, dann behaupte ich jetzt sofort Freundin sagen. Vielleicht mit 16 nicht, aber seitdem ich 48 bin, würde ich diese Frage immer zugunsten meiner Freundin entscheiden, weil die so lebenswichtig sind. Wir haben tatsächlich regelmäßige Treffen, wo wir uns auf den neuesten Stand bringen. Heute Abend erst, ich habe gerade wieder vorhin angefragt per WhatsApp, ob eine andere Freundin Tanni Lust hat, heute Abend ein bisschen mit mir zu sitzen, heute Abend. Also das ist für mich lebensnotwendig, ein Lebenselixier. Und ich behaupte, wenn ich die beiden nicht gehabt hätte, zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren, hat ja mein Lebensgefährte mich verlassen. Und das war so ein harter Schlag für mich. Die haben mich wirklich betreut. Also richtig, die waren abgewechselt. Und ich glaube, dass nicht jeder so tolle Freunde hat. Meine Freunde sagen dann zwar auch, Freundinnen sagen dann zwar auch, du bist ja auch für uns da. Empfindet man natürlich in den Momenten, wo so viel Kacke am Dampfen ist, wie es so, also wenn bei mir Kacke am Dampfen ist, dann so richtig. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, oh, ich kann jetzt gar nichts für euch tun. Und manchmal feiere ich das total, wenn die dann mal ein Problem haben. Und ich sage, oh, endlich kann ich mal zurück. Endlich geht es dir richtig schlecht. Endlich geht es dir richtig scheiße mehr davon. Ja, wirklich. Da müssen die dann schon wieder lachen, ja. Dieses Lied ist euch gewidmet. Eva und Tanni. Genau. Wir wurden geboren, um die Welt zu verändern. Wir sollen den Regen biegen, Grenzen verschieben und Helden werden. In guten Zeiten kann man vieles versprechen. Die ewige Liebe, das Böse besiegen und Weltsfrieden. Die Schauspielerin Claudia Schmutzler ist heute hier. Du hast deine Ausbildung als Maschinenbauzeichnerin durchgezogen, als Maschinenbauzeichner durchgezogen. Das will ich jetzt hier nicht. Und bis dann aber ziemlich schnell bei der Theaterhochschule Hans-Otto in Leipzig. Angenommen. Vor ihr angenommen. Und hast du parallel dazu schon Theater gemacht während des Studiums? Ja, das ist… Oder während der Ausbildung? Aber das gehört ja zur Ausbildung dazu, dass an der Theaterhochschule Hans-Otto Leipzig, die heißt jetzt anders, dass dann die ersten zwei Jahre Grundstudium waren in Leipzig und die nächsten zwei wurden dann auf Studios verteilt. Und es gab mehrere Städte und für unser Studienjahr war Chemnitz oder also damals noch Karl-Marx-Stadt oder Dresden. Und ich habe mich für Dresden beworben und bin da hingekommen und das war natürlich großartig. Erstens, weil ich da herkomme und zweitens, weil es da das Staatsschauspiel Dresden gibt. Und drittens, wie es sich zeigte, die Schauspielerin damals war nicht so stark besetzt und dazu noch sehr zart beseitet, sodass wir als Elevin und vorzugsweise ich schon riesige Rollen da auf der großen Bühne spielen konnten. Und damals konnte man sich tatsächlich schulen an unfassbar großen Schauspielern. Die Intendanz damals Engels und Hanne Groh und es waren, mit Namen bin ich schlecht, aber es war eine unfassbar tolle Zeit mit tollen Inszenierungen. Da hat sich mein ganzes Niveau geprägt. Also ich habe schon im dritten Studienjahr habe ich die Luzi in der Drei-Kroschen-Oper gesungen in der Übernahme von zwei Tagen. Okay. Und dann kam es zu einem Casting, das erst mal nicht von Erfolg gekrönt war, nämlich für Go, Trabi, Go. Achso, da kam erst mal der Mauerfall. Das ist so ein bisschen Test, die man zumindest mal kurz erwähnen kann. Wie hast du das wahrgenommen? Wo warst du, als die Mauer fiel? Das ist so lustig, dass man das immer weiß. Wie beim 11. September, oder? Man weiß es einfach. Ich saß bei Oma Ilse und Opa Siggi in Dresden-Omsewitz auf dem Sofa und habe aktuelle Kamera gekickt und sah wieder, der kränzt sich einen abfrüttelte, sodass er mir schon fast leid tat. Und alle anderen Freunde, die waren auf den Straßen, das hatten wir ja vorher schon gemacht mit dem Schauspiel und so weiter. Und irgendwo hat es mir aber auch teilweise gereicht, weil dann unsere Jungs wieder so vorgeprescht sind. Und die Jungs vom Schauspielstudium, also vom Schauspieljahrgang, wir sind dann immer demonstrieren gegangen und die Schauspieler haben wir damals sehr angezogen und haben das mit auf die, die Künstler haben das ja mit überhaupt vorangebracht, dass das überhaupt gestartet ist. Und warum hat es das genervt? Weil die Jungs teilweise so typisch Männer einfach, da ist ja die ganze Prager Straße ist voller Polizei mit Schutzschilden und Knütteln und mit diesen Helmen, mit Scharnier vorne dran und verschränkt und laufende Prager Straße, eine riesengroße Straße. Da müssen vielleicht 20, 30, 40 Leute nebeneinander gegangen sein von den Polizisten. Und unsere Jungs so typisch dusselig, wir gehen jetzt, wir greifen die an. Ich dachte so, als Mensch und Frau dachte ich so, seid ihr jeck? Warum? Warum? Also das habe ich heute noch dieses, aber viel bewusster, dieses, wieso verschleudert ihr eure Energien und euren Körper? Ihr werdet eingeknastet, wir haben morgen eine Vorstellung, die Leute brauchen uns und, und, und. Also mir hat so viel Dummheit einfach ziemlich schnell gereicht. Es war ja klar, dass die Träsche gekriegt haben und eingebuchtet wurden und weggefahren wurden. Und das hat mir gereicht einfach, weil ich fand es dämlich. Ich fand es undurchdacht und überflüssig. Und deswegen habe ich mich da verzogen aufs Dorf und habe da die aktuelle Kamera geguckt und hatte nicht das Bedürfnis, da sofort zur Mauer nach Berlin zu fahren. Wann kam das? Oder welches Gefühl, von welchem Gefühl wurde der Mauerfall von dir begleitet? Also wie ging es dir damit? Hast du das Gefühl gehabt, oh oh, das geht nicht gut oder ah, das ist aber spannend. Mal sehen, was kommt. Weißt du das noch? Ich fand es auf jeden Fall positiv, das weiß ich noch. Natürlich, weil dir ganz andere Möglichkeiten gegeben wurden, auch durch, auch im Beruf, wobei man wirklich sagen muss, dass damals in der DDR war das so, wenn du ein Schauspielstudium gemacht hast, da durftest du was sagen. Du durftest auch teilweise reisen, wenn du Glück hattest. Ja, genau. Aber das war ja in der normalen Bevölkerung ja nicht so. Also wir hatten schon so diese Freiheit, von daher hat mir jetzt nicht so viel gefehlt. Aber die ganzen anderen Repressalien, die bekommst du natürlich auch mit. Und das fand ich schon gut, dass sich das aufzulösen schien. Natürlich war ich damals noch viel zu jung, um zu begreifen, wo das alles wirklich hingeht. Wir dachten ja wirklich, wir könnten jetzt alles sagen. Jetzt wohl gesamt Deutschland und so weiter und so fort. Ich weiß nur, ich fand es toll. Ich fand es vor allen Dingen toll für die anderen. Aber ich wusste, dass meine große Freiheit in meinem Kopf ist. Ich wollte nie reisen. Ich wollte immer nur aufs Dorf. Ich wollte immer nur meine Hände in die Erde stecken. Ich hatte nicht dieses große Ding in mir von, du musst jetzt ferne Länder bereisen oder so. Das habe ich nicht gebraucht. Ich habe mich sehr gefreut für die anderen einfach. Und natürlich, dass man jetzt viel mehr darf und dass man jetzt auch vielleicht was kaufen kann. Und wirklich so, das bekenne ich auch wirklich so, dass man jetzt endlich mal eine gute Klamotte kaufen konnte oder irgendwie eine anständige Jeans oder so. Das fand ich schon geil. Und auch die Musik und die Theater und so weiter. Aber alles andere, ja mei. Also wer die Freiheit nicht in sich findet, weiß ich auch nicht. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber ich finde, das Wichtigste ist die Freiheit im Kopf halt. Du bist dann ziemlich schnell davongeflogen, karrieremäßig. Zuerst mit Go Trabi Go, für den du erst gecastet wurdest. Dann haben sie erst gedacht, nee, du bist zu alt. Und dann kamen sie wieder, weiß ich nicht, ein paar Monate später und haben gesagt, doch, hey, du bist es. So. Genau. Dieser Film ist extrem erfolgreich gewesen. Du hast später dann für alle Fälle Stephanie diese Rolle bekommen. Das wurde ausgesetzt oder beziehungsweise du bist ausgestiegen und dann Jahre später wieder eingestiegen und es war wieder erfolgreich. Also das war schon sehr ungewöhnlich. Hast du das Gefühl gehabt, in so einem Loyalitätskonflikt gewesen zu sein oder haben dich Kolleginnen und Kollegen möglicherweise ein bisschen schief angeguckt, weil du ganz klar zu den, ich nenne es jetzt so, Wendegewinnerinnen gehört hast. Das ist ja so ein Wort, das geprägt wurde. Weil vielen ging es anschließend erst mal schlechter. Die wussten nicht, da wurden die blühenden Landschaften versprochen und hups, wo sind die denn? Und auch viele Künstlerinnen und Künstler. Ich meine, der Beruf als Schauspieler ist eh so, let's face it, es gibt ja auch diese Stiftung, in der du bist, vielleicht kann man das gleich kurz mal erwähnen, dass 85 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr aller Schauspielerinnen und Schauspieler wirklich sehen müssen, wie sie finanziell über die Runden kommen und von Altersarmut betroffen sind und oft schon von Mittelaltersarmut. Und keine Rollen kriegen und kein Geld verdienen und so. Du warst, du bist in der Zeit ziemlich abgeflogen. Gab es da Neid? Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Also ich habe die Tendenz eh in meinem Leben, dass ich mich immer positiv orientiere, dass ich ziemlich schnell spüre, wenn da was Negatives angeflogen kommt an Mensch, weil Neid mir selbst so fremd ist vielleicht, dass ich, das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich hatte sehr viel damit zu tun, dass ich da überhaupt durchstarte, dass ich das verantwortlich erfülle, diese große Rolle. Und ich hatte ein kleines Kind in Dresden und habe ja in Berlin gedreht. Das hat mich sehr zerrissen, was auch dazu geführt hat, dass ich dann nach drei Jahren erst mal abgegeben habe an eine Nachfolgerin. Da hatte ich aber niemanden, der mich da ein bisschen bestärkt hat. Das war ein bisschen schade, weil sonst hätte ich durch, weiter gedreht. Es kamen von der Seite so eher diese Sachen, die ganz groß geschrieben wurden damals. Also wenn du ein ernsthafter Künstler sein willst, kannst du keine Serie machen, was ja heute ganz anders ist. Oder kommst du in eine Schublade und, 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 und. Und ich wollte natürlich anerkannt werden von den Großen dieser Branche. Wer will das nicht? Und dann hatte ich meiner Tochter auch versprochen, nach Hause zu kommen. Und dann bin ich erst mal gegangen. Und viel später dann, zwei Jahre später, als ich dann noch mal Theater in Dresden gespielt hatte, und, 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 und. Und auch das Geld wieder knapp wurde. Also, und dann kam die Anfrage, willst du nicht doch noch mal, habe ich mir wirklich zugestanden, dass ich das einfach nicht gut organisiert hatte. Dann habe ich meine Tochter mitgenommen. Dann sind wir umgesiedelt von Dresden nach Berlin. Dann habe ich das auch noch mal anders kommuniziert. Gut, das war natürlich damals auch schwer, weil die noch so klein war, das zu kommunizieren. Und dann habe ich das mir endlich gestattet, es so zu lieben, wie ich es geliebt habe. Denn ich lag so unfassbar auf dieser Rolle drauf. Ich hatte damals auch persönlich so ein kleines Helfer-Syndrömchen. Und ja, vielleicht habe ich deswegen das so gut gemacht. Das war eine Krankenschwester, genau. Gut, man hat damals schon mal locht bei der Serie, aber nicht so wie heute. Und wir hatten ein unfassbar tolles Team. Und ich bin ein schwer teambegeisterter Mensch. Also ich bin ein richtiger Teamplayer. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, für so eine große Familie da zu sein und gut zu sein als Hauptrolle. Jetzt nicht bloß in meinem Fach, in meinem Beruf, sondern auch zu allen anderen ringsherum. Ich wurde sehr geschätzt. Ich habe sehr viel Geld verdient und so weiter. Und ich habe mir endlich gestattet, das selber zu genießen, ohne diese Ansichten, die da von der Seite kamen. Wenn du ein richtiger Künstler sein wirst, musst du und du verbrennst dich hier. Und mein Gehirn hat immer gesagt und mein Herz hat immer gesagt, aber es ist doch toll hier. Ich verdiene hier Haufen Schotter. Die sind alle lieb und nett. Ich spiele eine geile Rolle. Wieso soll ich jetzt hier eigentlich gehen? Und dann habe ich es aber doch gemacht und bin aber Gott sei Dank nochmal zurückbeordert worden. Ich finde es interessant, was uns immer wieder passiert, von wem wir uns beeinflussen. lassen. Als junge Menschen und als mittelalte Menschen. Wer dann plötzlich die Macht hat, Menschen, die wir gar nicht besonders gut kennen. Ja, aber das gestatten wir ihnen ja. Irre, ja. Aber warum, also dass wir das tun? Also das sind Menschen, bei denen wir selbst vielleicht, wenn wir sie näher kennenlernen würden, sagen, was hast du denn für einen Geschmack oder was hast du denn für einen Mensch? Genau, fremda eigentlich. Da kommt, da kommt irgendeine Art von Kritik von der Seite und sie verfängt sich. Ja, und du wirst aber dazugehören und du wirst anerkannt sein in deinem Beruf und uns allen liegt zugrunde, dass wir alle geliebt werden wollen. Und ich glaube, der Schauspieler sogar noch mehr als andere, weil sonst wäre er ja jetzt, wäre er gar nicht in der Lage, so extrovertiert sich da von links nach rechts zu bewegen. Und ich glaube, wenn wir das reflektieren können, wo was herkommt, dann kann man das gesünder einfach leben. Das war mir damals gar nicht klar. Ah, wo du jetzt damals sagst, wir müssen noch eine Erklärung hinterherreichen. Die Aufnahmeprüfung, das Lied, das du mitgebracht hast, aus My Fair Lady. Ja. Willst du uns da noch ein, zwei Sätze geben? Ja, da erzähle ich gerne was Lustiges dazu, weil es sich für mich damals ganz anders dargestellt hat. Ich habe die Szene dazu gespielt, aus dem Film, aus dem Theaterstück und danach das Lied gesungen, nur in Zimmerchen irgendwo. Hat er das auch wirklich super mit meiner Schauspielerin eingeplant und habe bei der Prüfung gesehen, dass alle, bei allen Schülern vorher wurde abgebrochen, spätestens nach der Hälfte der Szene. Und mich haben die die lange Szene ausspielen lassen und das Lied singen lassen. Ich rutschte dann bei dem Lied an so einer Mauer runter, da steckt ein Nagel drin. Ich durch den Nagel durch, weil ein Drama und ich bin jetzt so drin und ich lebe es. Aber dieses Lied ist ja sehr fröhlich. Und dann war das Lied Schluss und es war Stille. Und das ist mir oft so gegangen, dass dann Stille war. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, die waren so fasziniert von so viel Leidenschaft. Und man muss wissen, ich stand da mit einem Plisé-Rock, den meine Mutter genäht hat, der fast bodentief war, mit hohen Schuhen, mit einer Föhnwelle, mit Fassonschnitt und mit langen, runden Ohrringen. Und da habe ich diese Szene und dieses Lied geschmettert und die waren fassungslos. Die waren fassungslos. Ob dieses Menschen aus Dresden, der da kam und mit einer Vorstellung von Schauspiel da sich rein. Und ich fand, und ich dachte so, ich war mega gut. Ich war die Einzige, dass sie mich haben ausspielen lassen. Und im Nachhinein, zwei Jahre später. Oh nee, du warst einfach ein bisschen doof. Die haben sich fast kaputtgelegt. Die waren fassungslos. Vielleicht waren sie auch ein bisschen neidisch. Ob deiner Unvoreingenommenheit vielleicht. Das ist ja was Schönes. Philipp Poisele hast du mitgebracht, im Garten von Gettys. Gibt es uns dazu noch ein Stichwort? Das ist Bullerby für meine Kinder. Das ist Hittensee. Das ist Hittensee. Sonne auf den Wellen, hab gut geschlafen heute Nacht. Draußen liegen Yachten, wer hat die Kekse mitgebracht? Oben auf den Dünen kommt Alberto auf dem Pfad. Mit Surfball und mit Jute-Tasche fliegt ja fast vom Wort. Hörbar at Radio 1 lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie können dieses Gespräch jederzeit ganz vollständig nochmal nachhören oder den Anfang anhören, wenn Sie jetzt erst reinrutschen. Die Schauspielerin Claudia Schmutzler ist heute hier zu Gast, aber Sie können in der ARD Audiothek das Gespräch nachhören als Podcast oder über die Radio 1 Homepage oder über all die Podcast-Plattformen, die Ihnen so geläufig sind. Um es zeitlich nochmal einzuordnen, vielleicht auch für jüngere Menschen. Go Trabi Go, dieser Film, der dir den Durchbruch gegeben hat, das war 1991 kam der raus. Für alle Fälle Stefanie, diese Sat.1-Hauptrolle, die hast du von 1996 bis 1998 gespielt und dann nochmal von 2000 bis 2004. Dann, das ist richtig, ja. So in etwa, ja, ja. Ich hab sechs Jahre insgesamt gemacht. Okay. Dann kam die nächste Hauptrolle als Kriminalkommissarin Böhrensen in der ZDF-Serie Soko Wismar von 2005 bis 2017, auch sehr lange. Die Frage jetzt, und ich hab ein bisschen Angst, diese Frage zu stellen. Warum hast du mit Stefanie aufgehört oder musstest du aufhören? Warum hast du mit der Böhrensen aufgehört? Hatte das denselben Grund? Hatte das wirklich diese, war das diese Altersfrage? Also ich würde jetzt behaupten, ja. Also ich habe ja nicht aufgehört, sondern ich wurde aufgehört. Das war bei Stefanie ganz klar, das wurde auch so kommuniziert und das war. Du warst 36. Ich war 36 und sah aus wie zwölf. Also im übertragten Sinne. Und da hat es mich schon sehr angefasst und dann, aber da hat ein Regisseur auch zu mir gesagt, hör mal auf, hör mal auf. Das meine ich auch mit diesem, das Maß, das Maß ist das Gift. Guck mal ein Spiegelvideo aus. Das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch. Und dann bei Katrin Böhrensen, da habe ich wirklich gedacht, ich werde hier alt bei dieser Serie und das hätte ich auch toll gefunden, wenn die das durchgezogen hätten, weil wir wären einer der ersten Soko gewesen. Ich habe ja da mit 38 angefangen, als mein Sohn gerade geboren wurde und habe das ja wirklich 14 Jahre gemacht, wenn die das durchgezogen hätten, wie man sieht, wie so eine Frau älter wird einfach. Das hätte ich toll gefunden und bekennend. Und dann… Wie lustig, dass du das überhaupt mit einem Satz erwähnst, weil das ist das Normalste der Welt. Das ist das Normalste. Dass Schauspieler, Schauspieler, gender ich jetzt nicht, mit ihren Rollen in Serien älter werden. Und du sagst, es wäre doch schön gewesen, dieser Frau beim Älterwerden zuzuschauen. Warum sagst du das so? Weil es eben verhältnismäßig untypisch ist. Genau, absolut. Also Iris Barben hat es als rosa-rot eine Weile geschafft, die ist spät eingestiegen, aber Iris Barben ist sowieso out of competition. Die ist immer raus aus den Beispielen. Wir müssen mal dazu übergehen, nicht immer die Santa Bergers auch als Beispiel zu nehmen. Wir sind ja so viele Schauspielerinnen, die, also die Hälfte aller Schauspieler, die es gibt, sind in meinem Alter. Und dann sagen ganz viele, die mit mir sprechen, aber ich sehe doch ab und zu mal, das könntest du doch auch spielen, Claudia. Und ich sage, na guck da mal richtig hin. Erstens, was spielen die? Das sind doch meistens kleine Rollen. Siehst du irgendwo eine Geschichte, wo es um diese Person geht, die 57, 58 ist, also in der Mitte des Lebens, der zugestanden wird, diese Geschichte zu erzählen? Was sind denn das für Geschichten? Nein, das meine ich ja jetzt nicht, da fängt es ja schon an. Oder diese kleineren Rollen, aber da sehe ich die und die. Ich sage, ja, aber mach dir mal eine Strichliste, wie viele du davon wirklich siehst. Und dieses, wir sind doch schon viel weiter und so. Ja, das ist schön. Ich sage nur nicht weit genug. Nein, und es ist auch aus der Scheu, jetzt wieder mit so einem Nervthema zu kommen, lässt man es dann manchmal. Aber es ist wahnsinnig wichtig, da durchzugehen und es immer wieder auf den Tisch zu packen. Denn alles andere ist illusorisch und unecht. Also ich merke zum Beispiel, dass mich, dass mich bestimmte Themen, bestimmte Filme, bestimmte Serien einfach nicht mehr interessieren, wenn es nur männliche Charaktere gibt in den Hauptrollen oder wenn es nur junge Frauen gibt. Ich weiß zwar nicht genau, wann jung aufhört und wo alt dann anfängt. Und es gibt ja auch kein Wort für diese längste Zeit zwischen jung und alt. Haben wir nicht. Müssen wir uns mal suchen. Aber es ist so lebensfremd, diese Zeit auszublenden. Und es ist feige und es ist dumm. Ja, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass das auch was mit Angst zu tun hat. Weil zugegeben ermaßen, du bist ja, du bist bestimmt ein bisschen jünger als ich, ne? Nein, wir sind gleich. Ich bin im Jahrgang 67, ich bin jetzt 56. Dann ist es so, dass wir haben ja mittlerweile eine Power und eine Kraft und eine Macht dadurch, dadurch, dass wir so klug geworden sind, dadurch, dass wir so gelassen sind, dadurch, dass wir so viel alleine hingekriegt haben. Auch ich bin ein absolut autarger, unabhängiger Mensch und manchmal denke ich so, na vielleicht haben die auch Schiss für uns einfach, weil ich würde mir das nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Und dabei mit Witz und Humor und mit dem ganzen reflektierten Charakter, mit dem ich mittlerweile sitze und über meine Sterbe-Playlist vor lauter Rührung weine. Also manchmal denke ich so, vielleicht ist es ja auch das, dass wir Schiss haben ohne irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht so Seiten aufmachen. Wer sind denn die? Das sind ja nicht die grauen Leute. Das sind die Besetzer. Nee, dann will ich es nochmal so sagen. Die Besetzer und die Redakteure und so weiter und so fort. All die Leute. Aber auch das sind ja Frauen. Auch das sind Frauen und das ist natürlich schrecklich. Das ist genau die Sache. Das ist natürlich auch ein System. Ich habe auch mal an eine Chefredakteurin einer großen Tageszeitung geschrieben, die selbst als Frau mit Ende 50, Anfang 60 würde ich mal sagen, es eigentlich besser wissen müsste, wie so Headlines aufgezogen werden. Wie Geschichten erzählt werden. Eigentlich müssten die Frauen, die da sitzen und die es wie auch immer mit viel Kraft und ordentlich Blessuren geschafft haben, in irgendwelchen Chefetagen zu sitzen und das durchzuziehen. Die müssten eigentlich den Weg bereiten für andere Frauen, um es leichter zu machen. Und das soll nicht ein Mann-Frau-Krieg werden, sondern meinetwegen geht es darum, der Bessere gewinnt, die Bessere gewinnt. Aber wir müssen erst mal eine Chancengleichheit herstellen. Absolut. Und da, mir geht es nicht um eine blinde Frauensolidarität. Das ist mir, keine Ahnung. Eine blinde Solidarität brauche ich nicht, aber ich brauche eine Chancengleichheit, dass Leuten Möglichkeiten gegeben werden. Und auch dir als Frau mit Mitte 50, einer extrem erfahrenen Schauspielerin. Ich will dich in Rollen sehen und ich will auch Kolleginnen von dir in Rollen sehen, die 62 sind oder 68, weil es spannende Geschichten gibt. Also das muss sich, finde ich, mit der Zeit einfach ändern. Das muss sich tatsächlich ändern. Ich habe halt die konkrete Erfahrung gemacht, dass ich halt in meiner letzten großen Sache, also bei Soko Wismar, von einer Frau abgesägt worden bin. Und wo ich mir früher, also der Schmerz war auch so groß, dass das war nicht das, worüber ich nachgedacht habe. Ich hatte erst mal ganz andere Wunden zu pflegen. Aber mir ist das später noch mal so klar geworden, wo ich so dachte, das wäre doch für dich eine Möglichkeit gewesen, auch noch mal, indem sie für mich kämpft als Frau, kämpft sie auch für sich als Frau. Und das wäre angebracht gewesen. Noch nicht mal wünschenswert nur oder überhaupt, sondern angebracht. Und es wäre auch so cool zu verkaufen gewesen, wenn du das wirtschaftlich jetzt mal nimmst dabei. Und es wird nicht gemacht. Und das finde ich schon gruselig. Ich möchte an den Punkt kommen, an dem auch Frauen schlecht sein können und an dem auch Frauen Frauen absägen können, ohne dass wir uns darüber den Kopf machen. Jetzt ist es so, wenn Frauen in solchen Machtpositionen sind, hofft man immer, dass sie anderen Frauen diesen Weg bereiten. Aber sie sind selbst oft so sehr unter Beobachtung. Frauen, die in Entscheidungspositionen sind, das ist längst noch nicht selbstverständlich. Für mich sind Frauen tatsächlich die besseren Menschen. Also weil ich auch noch nicht so viele Gifthexen kennengelernt habe. Ich kann sie wirklich an einer Hand abzählen. Ich kenne so viele Erfahrungen von anderen Leuten, die sagen, oh, da habe ich aber auch mit Frauen. Ich nicht. Und für mich ist dieses Ding wirklich von Frauensolidarität, was ganz wichtig ist. Aber du hast gerade ein Beispiel genannt. Und das ist keine gewesen. Und deswegen bin ich da so, wo ich so sage, das wäre doch angebracht, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich bin durchaus deiner Meinung. Und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn der Mensch ein guter Mensch ist in seinem Job, ist mir das egal, ob der Mann oder Frau ist. Absolut. Und man muss auch jemanden absägen können, von Frau zu Frau oder von Mann zu Mann. Aber wenn du meinen Fall natürlich nimmst, ich bin eine großartige Schauspielerin, ich habe unheimliche Erfahrungen, ich bin Teamplayer. Warum? Warum? Und dann noch nicht mal das Vermögen zu haben, es mir klar auf den Kopf zu sagen, wo ich hätte auch vielleicht was antworten können oder so. Aber ich mache hier einen Fass auf, dass die Wunde ist längst geheilt. Ja, und es ist auch hochpolitisch natürlich. Kommt ab und zu mal ein bisschen Wut so hoch und dann habe ich die Nase voll, weil sich mein Beruf auch so verändert und noch oberflächlicher zu werden scheint, dass ich so manchmal so sage, geh mal woanders hin. Du holst dir ja auch andere Berufe. Genau, genau. Und was das genau ist, erfahren wir gleich. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, nur weil es so ein riesen Fass ist und weil dieses Thema, wie auch das andere Thema, das wir vorher hatten, das ist anstrengend, wenn man merkt, dass dieses Thema vor einem liegt. Aber ich fürchte, da müssen wir tapfer sein und immer wieder durchgehen und uns durchaus auch Jungs und Männer als Verbündete holen, weil es geht nicht darum, Fronten aufzumachen. Natürlich ist es schwierig. Ich merke auch, wie viele Frauen sich davon lösen und sagen, ich bin, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen. Es würde damit leicht irgendwie, was weiß ich, was verbunden werden, das macht mich skeptisch, das irritiert mich ein bisschen, warum Frauen da so einen Bogen drum machen. Es geht ja darum, gesellschaftlich auf so einen ruhigen Nenner zu kommen und dann zu gucken, wie es weitergeht. Ja, finde ich absolut deine Meinung. Okay, gut. Musik. Und dann geht es um, Wahnsinn, die Pole-Dance-Stange. Das ist schon Wahnsinn, wirklich. Erstmal deine Tochter, Charlie Ann. Sie ist nicht irgendeine Tochter, sondern sie ist eine Tochter, die die vierte Staffel von The Voice of Germany gewonnen hat. Mon Petit France heißt ihr Song. Stell sie uns doch mal in zwei Sätzen vor. Die Charlie ist jetzt tatsächlich schon 30 Jahre alt und sie hat gesungen, bevor sie sprechen konnte und sie sucht sehr ernsthaft in ihrem Leben nach dem Sinn und nach dem wirklichen, wo bin ich zu Hause und wer bin ich, was bin ich und wenn ja, wie viele und kämpft da sehr und ist eine unfassbar gute Schauspielerin und Sängerin, obwohl sie das beides nicht gelernt hat. Die Schauspielerei hat sie von mir mitbekommen, hat auch schon viel gemacht und die Sängerei hat sie von ihrem Großvater Theo Adam mitbekommen. Muss man irgendwas immer in den Genen haben oder kann man einfach auch Talent haben? Man kann auch Talent haben, aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, Theo Adam ist ja ein unfassbarer Sänger aus der DDR, weil ich habe schon überlegt, von wem hat sie denn das? Genau. Und das kann nur von daher kommen und sie hat das aber genommen und hat daraus was gemacht. Und das wahnsinnig Verrückte an der ganzen Sache ist, dass sie in diesem Jahr, wo sie die Voice gewonnen hat, da ist sie wie Phönix aus der Asche gestiegen. Da ging es ihr nämlich schon seit längerer Zeit nicht richtig gut und dann hat sie sich an der Schauspielschule, an einer privaten Schauspielschule in Hamburg beworben und hat sich ohne mein Wissen bei die Voice beworben durch Tanni, meine einer besten Freundin. Und dann ist die da abgegangen und ich habe immer nur da gesessen und wenn mir andere Leute gesagt haben, mein Kläuer, so fließt ja da vor Tränen, wenn du da dabei bist, dachte ich, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schon konzentriere und korrigiere. Ich würde eigentlich am liebsten in den Boden beißen, aber das hatte einfach was damit zu tun, dass ich wusste, dass sie gerade so kämpft und dass sie jetzt gewinnt und dass sie und sie gewann mit jeder Stufe und das war Hamburg und Berlin und das war eine unfassbar krasse Zeit. Der Wein ist längst getrunken und wir sind total dicht, liegen schon seit Stunden zu zweit bei Kerzen. Die Schauspielerin Claudia Schmutzler ist jetzt zu Gast, aber du bist auch Coach, denn da ist eine Weile einfach beruflich zu wenig passiert. Genau. Hinzu kommt, dass es wahrscheinlich gar nicht schaden kann. Krisenmanagement klingt erstmal ganz gut, kann man ja auch auf sich und sein eigenes Leben anwenden, wenn es passt. Du bist, das nennt sich Coach für Lebensführung und Krisenmanagement. Du unterstützt Menschen unter anderem bei der Trennung und du hast einen sehr besonderen Ansatz dabei. Also es gibt da zum Beispiel so Fünf-Tage-Seminare, in denen es nicht nur darum geht zu reden oder Glaubenssätze zu entwickeln oder so, sondern es wird physisch. Ja. Wie und warum? Weil das eine sich gut koppeln lässt mit dem anderen. Wenn du eine Krise hast, bist du ganz oft im Kopf und nicht im Körper und wenn du die Pole-Dance-Stange vor dir hast, hast du was zwischen den Händen und kannst dich daran bewähren. Pole-Dance-Stange nochmal für Anfängerinnen und Anfänger. Das ist diese, das sieht so aus wie in so einer Feuerwehrwache, in so einer langen, es ist so eine lange Stange, die von von der Decke bis zum Boden geht. Genau. Und wir kennen es aus, es ging glaube ich in amerikanischen Filmen los, das waren so Strip-Clubs, dass sich Frauen lasziv um diese Stange räkeln und dann irgendwie hoch und runter und die akrobatischsten Figuren machen. Aber das, vor ein paar Jahren wurde das plötzlich zu so einer ernsten Gymnastik-Disziplin. Ein richtiger Sport, ne? Ja. Also richtig, gerade also bei dem Seminar, was du angesprochen hast, ist eins von vielen mittlerweile, was ich anbiete, Liebeskummer und Pole-Dance, ist ja auch eine Lebenskrise und das Wort Liebeskummer ist ja sehr verniedlichend. Aber was, das ist wie gesagt eins davon, ich versuche so oft wie möglich das Pole-Dance mit reinzunehmen, ist manchmal ein bisschen schwierig und brauche größere Vorbereitung. Man kann sich einfach an dieser Stange wieder hochziehen. Und es gibt dir so einen Erfolg, wenn du an dieser Stange nur die kleinsten Dinge machst und den ganzen Körper durchwalkst. Was heißt denn durchwalken? Das Ding nach Massage? Ne, also durchwalken meine ich damit, dass du so eine Kontrolle über deinen Körper brauchst, um mit dieser Technik die Stange hoch und runter zu wandern, dich da rum zu schlängeln und so weiter und so fort, was ich jetzt nicht verlange von meinen Coaches, aber wieder ein Selbstwertgefühl zu bekommen, weil du einige Sachen hinbekommst mit Körperdisziplin. Und wenn du die aufbringst an dieser Stange, dann musst du einfach voll bei dir sein, weil sonst fliegst du einfach runter. Und das ist so ein gutes Moment, wo du merkst, dass du, obwohl du in einer Krisensituation bist, dich so hochgradig konzentrieren kannst, dich an dieser Stange zu bewegen, dass es nur abgeklatscht wird am Ende. Du hast sogar eine Rolle als Pole-Dance-Lehrerin, weil ja Soko Leipzig warst, glaube ich, oder? Ist dir angeboten worden oder ist dir auf den durchtrainierten Leib geschrieben worden? Denn wer es beherrscht, an der Pole-Dance-Stange zu reüssieren, also du hast wahrscheinlich einen irre durchtrainierten Körper und wahnsinnig viel Kraft. Du musst ja auch ganz viel Kraft in den Händen, in den Handgelenken, in den Armen haben. Ja, aber der Körper gewöhnt sich daran. Also wenn man das regelmäßig trainiert, dann weiß dein Gehirn, aha, jetzt wird die Muskel gepumpt, jetzt ist das, jetzt ist das, das dran. Und dann sagt er, okay, weil das Gehirn ist einfach ein unheimlich liebevoller Begleiter deines ganzen Systems. Und wenn du ihm klar machst, dass du wirklich etwas ernsthaft trainieren möchtest, und das heißt immer wieder trainieren, immer wieder bestimmte Techniken. Was heißt immer wieder? Dreimal pro Woche, fünfmal pro Woche? Wie oft machst du? Oder hast du das gemacht? Also ich habe, momentan komme ich leider nicht dazu, so viel zu machen, aber ich habe zweimal fest die Woche trainiert, habe jeden Tag Sport gemacht, wo so Sachen mit drin sind, Techniken mit drin sind. Ach, zusätzlich auch noch? Zusätzlich noch, ja, zu Hause dann. Was denn für Sport? Ich nenne es Power-Yoga, also erstmal Erwärmung, dann den Oberkörper durchtrainieren, dann den Unterkörper und da gibt es gewisse Übungen, ich weiß teilweise gar nicht, wie die heißen, die man nur benutzt oder die man vor allem benutzt, um wirklich sich so weich zu machen und sich so auszudehnen, dass man sich wirklich an der Stange bewegen kann und dass Muskeln besser wachsen und so weiter und so fort. Das Gehirn merkt das einfach dann, wenn du es wirklich regelmäßig tust, wenn du eine Struktur da aufbaust und das ist gut für alles und selbst für die Seminare, wo keine Pole-Dance-Stange dabei ist. Die meisten denken, die hören sich das jetzt an, denken, um Gottes Willen mache ich auf gar keinen Fall. Ich drehe mich an der Stange, aber nicht unbedingt mein Coachie. Aber es gibt dem Coachie unheimlich viel Selbstwertgefühl, wenn er nach einer Stunde in der Gruppe einfach sich schon mal da so rumwirbeln kann und sitzen kann frei an der Stange und sowas. Das ist unheimlich wichtig. Also Körper und Geist sind für mich wirklich eine Einheit. Ich habe einen eigenen Leib, immer wieder erfahre ich das, dass das hilft. So, dann sind wir jetzt fast schon am Ende der Sendung, aber ich könnte mir vorstellen, also bevor wir jetzt 2000 E-Mails kriegen von Leuten, die sagen, oh, das klingt aber sehr spannend, wie können wir denn da mehr darüber erfahren? Wir würden uns nämlich auch gerne selbst finden oder an die Stange oder den Kummer loswerden oder so. Wie kann man dich da erreichen? Schreibt mir einfach eine Nachricht über Instagram, die beantworte ich sofort. Claudia-Schmutzler-Offizial. Und ja, dann schauen wir weiter. Dann gibt es ein Erstgespräch. Dann kicken wir mal. Okay, dann, falls Sie das jetzt nicht so schnell sich merken konnten oder nicht bei Instagram sind, können Sie natürlich auch uns schreiben und wir leiten es dann weiter. Hörbar-at-radio1.de Aber das ist ja nicht das Einzige, dass du dich da um die Stange rankst, sondern Ranke ist auch ein guter Übergang zu deiner nächsten Leidenschaft. Die Floristik. Was hat es damit auf sich? Ich wollte mir gerne ein Basisgehalt verdienen, da das manchmal ein bisschen schwierig ist, als freischaffender Künstler sein Geld zu verdienen. Und dann habe ich eine Leidenschaft von mir genommen, und das ist die Erde, und habe mich beworben als sozusagen Quereinsteiger Floristik. Und da bin ich tätig seit Februar. Es macht mir große Freude. Also du arbeitest in einem Pflanzenmarkt in Berlin? Ich war heute in einem Pflanzenmarkt in Berlin als Floristin, habe schon unfassbar viel gelernt, habe ein total geiles Team, was nicht selbstverständlich ist, und einen wundervollen Chef. Sonst würde das auch gar nicht alles so funktionieren. Und bin ganz stolz darauf, dass meine Hände endlich so aussehen, wie ich denke, dass Hände aussehen müssen und dass man sie nicht verstecken muss. Einfach sagen, ich arbeite mit der Erde, ich kriege sie gar nicht mehr sauber. Und ich weiß ganz genau, dass ich, wenn meine Tochter heirate, die Blumengestecker alle selber binden kann. Oh, und sie will heiraten? Absolut, die ist schon verlobt. Verstehe. Und nur, um das jetzt auch noch mal zu klären, du hast aber nicht, du hast mit Floristik in dem Sinne nichts am Hut, sondern es ist deine Leidenschaft mit der Erde. Und du lernst jetzt gerade, wie die Pflanzen heißen und wie die Blumen heißen und wie man sie bindet. Das ist alles Wissen, das du dir gerade Learning by Doing drauf schaffst. Genau, ich lerne gerade alles, was es dazu zu wissen gibt. Und vor allen Dingen im täglichen Tun. Und das ist eine meiner Leidenschaften. Es gibt noch sehr viele. Ich habe fünf, sechs Standbeine, Leute. Ich bin so spannend, ey, es kracht. Nein, ich finde es deswegen gut, weil du, da sind wir wieder, in einem Alter losgehst, in dem Menschen eher so bilanzieren und überlegen, wo stehe ich, was habe ich gelernt, kann ich da noch irgendwas mit machen? Und du guckst, was dir Spaß macht und läufst drauf los in völlig andere Richtungen. Und ich bleibe unheimlich jung dabei, habe ich das Gefühl. Und es hilft bei allem, ich kann alles das, was mich fasziniert, also auch das Coaching. Ich reflektiere jeden Abend, was sind das für Kunden, warum hat er das und das so und so gemacht, warum habe ich so und so reagiert auf den, mal ganz fern davon, wie ich bin und so. Aber das finde ich unheimlich spannend, in einem tatsächlichen Lebensprozess außerhalb der Bubble einfach nochmal mich zu konfrontieren. Das war es zum Schluss natürlich noch, ein Song für deinen Sohn, denn wir haben ja auch ein Lied für deine Tochter gespielt. Wir hören jetzt Mako, das Leben ist zu kurz, um Angst zu haben und grüßen damit Konstantin, ich liebe dich. Vielen herzlichen Dank, liebe Claudia Schmutzler, für das Gespräch und deinen Besuch hier. Dankeschön. Das war der Podcast der Radiosendung HörbarRust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.